...und sind Opio-Krieg-Honkorn abgemacht. Und nun alle und von Frauen. Das schlurre auch so nicht der Armkontext, die Sie eigentlich gar nicht verstehen können, das hat eine lange Tradition in Konfuzianz. Heute allerdings wird dieses System leichter zu benutzen, um die Kinder auf kommunistisch korrekte Linie zu bringen. Ob das dem alten Konfuzius so gefallen hätte, ist nicht überliefert worden. Unsere Aufgabe ist, dass die Kinder einiges, um sie des kulturellen Basis zu nutzen, so die Welt will sich festlegen. Sie sollen ein chinesisches Leben bekommen. ...und jetzt...